4.000 subs ist das ein schön keks 1.988 resumt im 23 monat okay ich muss euch was vorlesen im brief erhalten an meine firmenanschrift drei seiten okay ich lese dem vorher an herren totti turtle und herren horst flock buchungsbestätigung im 13 8 bis zum 15 8 lieber totti und lieber horst wir bedanken uns sehr für euer entgegengebrachtes vertrauen und hoffen dieses nicht zu enttäuschen sie entschieden sich für das einsteiger seminar paket favorit 2 plus 24 stunden einstiegs tantra workshop für paare favorit 7 plus hier ist sechs stunden slow sex seminar für paare favorit 18 classic 11 bis zwei stunden eigene lingam kennenlernen kleingruppe übernachtungs pauschale inklusive vp den gesamtbetrag von 1505 euro inklusive mehrwertsteuer haben wir dankend erhalten bitte bewahren sie dieses schreiben als legitimation an den veranstaltungstagen bereit alle weiteren informationen nehmen sie bitte den beigefügten checklisten für den aufenthalt sowie den ablaufplan sollten dennoch fragen bestehen steht ihnen unsere e mail kontakt tantra erleben blablabla bereit die geben sie stets dabei ihr zeichen an wir wünschen ihnen ein tolles erlebnis und eine wunderschöne und erholsame zeit in freudiger erwartung katharina und franz team tantra erleben gmbh team die checkliste lieber totti und lieber horst hier eine kleine liste von utensilien welche zum besuchen bei uns benötigt werden drei große handtücher oder zwei lagen kann erworben werden zwei sarongs kann erworben werden eine decke zum abdecken kann erworben werden das schönste kleidungsstück für den abend schluss abschluss abend abschluss abend sinnliche berührungsgegenstände wie federn fälle tücher perlen und so weiter eine ganz persönlichen sachen zum wohlfühlen buchungsbestätigung inklusive personalausweis da wir auf schutzmasken verzichten werden an zwei hintereinander folgenden tagen antigen schnelltests benötigt als benötigt hausschuhe und insekten spray ablaufplan lieber totti und lieber horst bitte nehmen sie diesen ablaufplan ihre geplanten termine um einen reibungslosen ablauf zu gewährleisten freitag der 13 8 anreise 18 bis 22 uhr an unseren seminar standort blablabla im bischofsheim an der rhön es warten dort ein kleines buffet und erfrischung auf sie samstag 14 8 8 bis 9 30 frühstück den bus 11 uhr 30 begrüßung aller teilnehmer inklusive reinigungszeronomie des geistes 12 bis 13 uhr mittagessen 14 bis 18 uhr einstiegs tantra workshop für paare 18 bis 19 uhr abendessen im buffet vor 19 uhr 30 bis 21 uhr eigenen liegen gaben kennenlernen 21 uhr 30 bis 24 uhr nacht mal am lagerfeuer slash kaminzimmer und erfahrungsaustausch sonntag 15 8 8 8 uhr bis 9 uhr 30 frühstücksbuffet 10 bis 15 uhr slow sex seminar für paare inklusive sinnlichen mittagessen ich wiederhole totti und ich sind dort als paar angemeldet ich wiederhole 1500 euro wurden schon bezahlt 17 uhr abreise ein punkt fehlt noch 20 uhr fanpost dem twitch stream präsentieren und dem keks ein signierten kopf schenken über keks wegen dir habe ich diese firma gegoogelt und habe dort angerufen wegen dir pisser habe ich dort angerufen und wegen dir pisser versuchen die seit drei tagen mich zurückzurufen und stellen mir per sms tolle fragen wie hallo und kann ich mir helfen ich werde mir mal einfallen lassen keks du wirst leiden du wirst richtig leiden mein freund du wirst richtig richtig leiden ich werde mir da irgendwas richtig böses einfallen lassen und keks du wirst richtig leiden ich weiß noch nicht was ich weiß noch nicht wie aber es wird etwas passieren dann wenn du nicht mehr damit rechnen ist wird etwas passieren allein die tatsache dass jetzt irgendein tantra mensch dieser welt eine handy nummer hat und mich tantrisieren möchte du wirst sowas von leiden dort löschen reicht da nicht ist zu wenig aber kein video draus machen wolltest fanpost du wirst leiden keks du wirst richtig leiden kann das sein dass sie gerade irgendjemand komplett weggefahren wird keks tschüss keks schon elf minuten weg tschüss keks nalira ich habe einen post liegt hier ich habe nur darauf gewartet deinen namen zu sehen und da habe ich nämlich darauf gewartet dass ich naliras namen lese nur real vielen dank für 25 euro wie es hat kuss also püriel püriel nalira hat mir nämlich ein paket gesickt mit wunderschöner karte muss ich sagen ich habe es aufgerissen ich wollte nicht ich habe schon reingeguckt und zwar habe ich von der lira bekommen water drops was ich super süß finde weil ich mag die immer meine flasche ich zeige euch die gleich die ist bei mir angekommen ihr wisst ich werde dafür nicht bezahlt und ich habe keinen sponsoring mit denen ich kann einfach nur sagen dass ich water drops toll finde und nalira hat mir das geschickt und eine schöne post karne mit einem schönen paket und was zocki für den dicken matze im beispiel keks verstehst du dass der unterschied nalira ihr plot wird jetzt nicht gelöscht dann schon verstehst du schöne schöne nordsee tante in koffer von der nusssee